Hallo ihr Lieben, nur mal eine kurze Erläuterung, warum ich heute mal nicht vor der Kamera setze, sondern dass einfach ein Hörbeitrag ist. Also ich hatte eine Zahn-OP am Dienstag, was jetzt erstmal dazu geführt hat, dass alles angeschwollen und farbenfroh ist in meinem Gesicht. Und ja, nee, alles im grünen Bereich, also das muss so, beziehungsweise das kommt bei dieser Art OP, die ich da hatte, leider häufig vor. Ja, genau, aber da fühle ich mich doch nicht so gerufen, mich vor die Kamera zu setzen und deswegen heute einfach mal so zum Lauschen. Hallo ihr Lieben, heute mal zum Thema die Suche, beziehungsweise die Sucht nach Anerkennung in der Co-Abhängigkeit. Ich will mich heute mal wirklich nur auf die Co-Abhängigkeit beziehen. Letztendlich geht das ja alles immer ineinander über, das heißt, es ist auch ein Thema in der Sucht. Also auch für die Süchtigen ist es ein Thema, die Suche nach der Anerkennung, die Suche nach der Wertschätzung, nach der Spiegelung. Ja, du bist willkommen, du bist gewollt, erwünscht, du darfst hier sein, du darfst auftauchen, du darfst deinen Raum in dieser Welt einnehmen. Also das ist ganz klar ein Thema für alle Süchtigen sozusagen, das ist ganz klar ein Thema für alle Süchtigen und daher natürlich auch für die Co-Abhängigen, denn die Co-Abhängigen sind ja nicht außerhalb des Suchtsystems, sondern sie sind ja die, die das Suchtsystem stabilisieren. Im Großen und auch in sich, im Inneren System, da sie einfach das Suchtsystem durch ihre Co-Abhängigkeit aufrechterhalten und insofern hat auch jeder süchtige Co-Abhängige Anteile in sich. Die Co-Abhängigkeit ist eben immer der Stabilisator des Suchtsystems sozusagen. Das sind die, die halten, aushalten, ja, unsägliche Umstände aushalten, schon seit frühester Kindheit, die das einfach gelernt haben, trainiert haben, deren Bindungsmuster genau so funktioniert, dass sie eben dazu da sind, um solche Umstände zu stabilisieren, die eigentlich nicht tragbar sind. Also um Umstände zu tragen, die eigentlich nicht tragbar sind. Dafür sind sie ausgebildet worden in ihrer Kindheit und dadurch, dass das eben Bindungsmuster sind, die da ausgebildet wurden, wirken die eben sehr stark auf unsere zukünftigen Beziehungen. Und erst wenn wir uns dessen bewusst werden können, eben erst wenn wir an einen Punkt angelangt sind, wo nichts mehr, wo das nicht mehr funktioniert, das ist in der Sucht so, das ist aber auch in der Co-Abhängigkeit so. Der Süchtige, der Co-Abhängige muss an einen Punkt kommen, wo die Sucht nicht mehr funktioniert, wo das Co-Abhängige Verhalten nicht mehr funktioniert. Sprich, der Co-Abhängige wird krank. Beim Süchtigen eben, ich wollte mich ja heute eigentlich nur auf die Co-Abhängigen beziehen, um das Feld ein bisschen zu begrenzen und nicht wieder so unübersichtlich zu machen. Aber eben beim Süchtigen, um das mal kurz reinzugeben, ist es eben, was weiß ich, dass die Abhängigkeit so stark ist, dass es wirklich harte Konsequenzen, harte gesundheitliche Konsequenzen gibt, dass sich wirklich alles nur noch um die Sucht dreht, dass, was weiß ich, für Katastrophen im Leben sind, Krankheit, Trennung, Jobverlust, Obdachlosigkeit und so weiter, dann funktioniert es ja nicht mehr. Also wenn sozusagen die ganze Sache dermaßen aus dem Gleichgewicht gekommen ist, dass sozusagen der Teufel so richtig krass sichtbar wird mit seinen Machenschaften und man eben so richtig krass sieht, wo man da eigentlich drin hängt. Und dass all das, was man mal bekommen hat, also dieser sogenannte Krankheitsgewinn, ja, den man in der Sucht und auch in der Co-Abhängigkeit hat. Also eben, ich beziehe mich gleich mal nur auf die Co-Abhängigkeit, weil das war mein Plan, dass ich heute nicht das Feld so groß mache. Also was kann denn der Krankheitsgewinn sein in der Co-Abhängigkeit? Ich bekomme eben sowas ähnliches wie Sicherheit, ich bekomme sowas ähnliches wie Anerkennung, ich bekomme sowas ähnliches wie einen Lebenssinn. Dass das ein Ersatz ist, ist einem ja nicht klar, weil, wie gesagt, wir sind von früh auf dahingelernt worden. Das ist unser erlerntes Verhalten, das sind ganz tiefsitzende Bindungsmuster, wie wir die Beziehung mit Mami und Papi oder anderen Bezugspersonen eben erlebt haben, wie wir uns darin erlebt haben, was für eine Rolle wir eingenommen haben in dem dysfunktionalen Familiensystem. Es gibt ja verschiedene Rollen, die man ausbilden kann, ja. Also entweder zum Beispiel die Rolle des Helden, also das ist dann sozusagen das Retterkind, was immer die anderen, also was immer dafür zuständig ist, dass es den anderen gut geht, was sich immer um alles kümmert und so und alles im Griff hat und immer stark ist und selber gar nichts braucht und so. Und dann gibt es, was weiß ich, den Sonnenschein immer, bringt immer gute Laune und dann, was gibt es da alles für Rollen? Dann gibt es natürlich auch den Rebellen, der immer, also so, das sind vielleicht die Kinder, die, ja, die, die sogenannten Systemsprenger, will man jetzt heute sagen, ne. Habe ich mal wieder nicht ordentlich vorbereitet, sonst hätte ich jetzt hier irgendwie eine Liste und könnte euch sagen, was für Rollen man so alles ausbilden kann in so einer dysfunktionalen Familie. Deswegen packe ich hier wieder einen Link drunter zu einer Seite, wo das, die habe ich hier neulich auch schon mal verlinkt, wo das sehr gut beschrieben ist, da kann man sich überhaupt mal umschauen, ne, auf der Seite. Und genau da ist auch gut beschrieben, welche Rollen Kinder so im Allgemeinen ausprägen können. Und wenn du jetzt, und deswegen ist es ja auch so wichtig zu gucken, wenn man selbst von Co-Abhängigkeit betroffen ist, welche Rolle habe ich gespielt im dysfunktionalen Familiensystem? Wofür war ich zuständig, ne? War ich die, die immer für gute Stimmung gesorgt hat, die immer alle aufgeheitert hat, war ich die, die immer still war und bloß keine Schwierigkeiten machen, bloß nicht auffallen, bloß nicht mit eigenen Bedürfnissen irgendwie auffallen, immer alles super toll machen, vielleicht noch super Leistungen bringen, um irgendwie Anerkennung zu bekommen, ja? Oder war ich, war ich die, die Heilerin, die immer alle irgendwie, denen es nicht gut ging in der Familie, alle umsorgt hat, sich um alle gekümmert hat und selbst natürlich überhaupt gar keine eigenen Bedürfnisse mehr spüren konnte für sich. Weil in so einem dysfunktionalen Familiensystem mit Suchthintergrund zum Beispiel oder in so einer suchtbelasteten Familie, da ist ganz klar, das Kind lernt, eigene Bedürfnisse darf ich gar nicht haben. Die eigenen Bedürfnisse, die zählen eben nicht, ne? Es ist immer die Ausrichtung auf die Bedürfnisse erstmal der anderen, beziehungsweise eben, dass man sich seine eigenen Bedürfnisse irgendwie einigermaßen erfüllt, indem man sein Umfeld, also seine Eltern, Familie, gut manipuliert, ja? In Anführungszeichen, das ist ja eine Überlebensstrategie. Das Kind, also Manipulation hat ja immer so eine negative Konnotation, aber in dem Fall ist es ja eine Überlebensstrategie des Kindes, seine Eltern gut im Blick zu haben, eben diese Hellfühligkeit auszubilden. Okay, was ist hier gerade los? Irgendwie was, wie ist die Stimmung und wie muss ich mich demnach verhalten? Und was muss ich tun, um gewisse Grundbedürfnisse erfüllt zu bekommen? Und das Ganze läuft natürlich auch überhaupt nicht bewusst ab, ne? Das Kind, was heranwächst, versucht einfach mit den Schwierigkeiten, die sozusagen sein gesundes Wachstum behindern, damit umzugehen und da so drumherum zu wachsen, ja? Und sich irgendwie damit zu arrangieren. Und ja, und das sieht man ja auch in der Natur, ne? Wenn jetzt ein Baum irgendwie von einem Zaun begrenzt wird oder so, dann schaut er auch, wie er da rein und drumherum wächst und sich irgendwie, ja, der wächst dann eben nicht gerade, ne? Und so ist das dann eben auch mit unserer Psyche, dass das nicht gerade wächst, ne? Und dass wir eben Bindungsmuster erlernen, die letztendlich, ja, zu Krankheit führen. Also die letztendlich nicht gesund sind und dazu führen, dass wir uns auch weiterhin in dysfunktionale Beziehungen begeben und das so lange machen, bis wir irgendwann merken, was wir da tun, bis wir irgendwann stark darunter leiden. Nicht alle Menschen, die von Co-Abhängigkeit betroffen sind, sind in suchtbelastete Familien groß geworden. Oder sagen wir mal so, dadurch, dass, ja, dadurch, dass der allgemeine Blick auf Sucht ja so sehr eingeschränkt ist, also man viele Familien ja auch gar nicht drum wissen, dass sie in Suchtbelastung sind oder das eben leugnen oder das vor den Kindern verborgen haben oder so. Dadurch ist ja vielen Menschen auch nicht klar, dass sie eigentlich auch in suchtbelasteter Familie groß geworden sind, ne, wenn nicht ganz klar war, der Vater ist ein Alkoholiker oder die Mutter, ja. Dann, sondern dass letztendlich so unter ferner Liefen eigentlich auch mit dabei war, dass der Alkohol eigentlich irgendwie doch denn immer eine Rolle spielte und man das aber gar nicht so vordergründig gemerkt hat, ne. Da kommen ja viele Menschen so hin, wenn sie sich dann mit ihrer Kindheit überhaupt befassen und schauen, was war denn da los, dass sie sehen, oh, irgendwie gab es da, glaube ich, auch Alkoholprobleme. Das wurde zwar nicht gesagt, aber die gab es wohl eindeutig, ne. Oder eben, wenn man jetzt davon nicht sprechen kann, dann, ja, kann das eben eine Dysfunktionalität sein aufgrund von anderen schweren psychischen Erkrankungen, die die Eltern hatten. Und auch da mangelt es ja häufig an Diagnosen. Also oftmals haben die Eltern ja einfach keine Diagnose und es wurde ja nicht gesagt, ja, die Mutter ist eine Narzisstin oder so, sondern das hat man einfach auch herausgefunden über die Beschäftigung mit den eigenen Problemen, über die Beschäftigung mit der Kindheit, dass man irgendwann herausfindet, oh, krass. Also man guckt ja dann auch, ja, wer sind denn meine Eltern, wie haben die sich verhalten und fühlt sich so das eine oder andere zu Gemüte und dann findet man doch schon raus, was es war, ne. Und dann ist es ja auch oft so, also wenn es Alkoholsucht zum Beispiel im Spiel ist, durch eben eine Alkoholsucht wird ja Narzissmus, wird ja Borderline gefördert bzw. verschärft bzw. wird dadurch auch installiert, sage ich mal, in dem Süchtigen. Also der Süchtige muss ja von vornherein gar kein Narzisst oder Borderliner in dem Sinne gewesen sein. Also Anlagen müssen schon irgendwie da sein, weil ich meine, es ist ja auch Borderline-Verhalten, wenn man missbräuchlich Alkohol trinkt, sprich so Alkohol konsumiert, dass man, ja, damit versucht eben irgendwas zu erreichen, dass man bestimmte Gefühle eben nicht fühlt oder bestimmte Gefühle versucht zu erreichen, also missbräuchlich trinkt, weil man es braucht, um von sich selbst sich wegzutrinken, um von den eigenen Gefühlen sich wegzutrinken und damit in Kauf nimmt, sich selbst zu schädigen, also schwerwiegende psychische und körperliche und geistige Schädigungen in Kauf nimmt, um zu trinken, um trinken zu können. Das ist ein missbräuchliches Verhalten, sich selbst gegenüber, also der Alkoholiker missbraucht sein eigenes Leben, seine eigene Lebenskraft, um trinken zu können, um nicht fühlen zu müssen. Ja, und das ist ja schon borderline. Das ist ja schon selbstverletzendes Verhalten, selbsttätigendes Verhalten, und mit dem Betrunkensein, mit dem außer Kontrolle kommen, weil ich meine, also es geht mit Betrunkensein ja immer einher, dass man die Kontrolle nicht mehr hat über sich selber, also seine Impulskontrolle, sage ich mal, nicht mehr hat, dass man sich plötzlich so verhält, wie man sich also im nüchternen Zustand nie verhalten würde, dass bestimmte Grenzen eben nicht mehr da sind. Und überhaupt dieses missbräuchliche Trinken bedeutet ja auch, keine Impulskontrolle zu haben, beziehungsweise extrem nachgiebig zu sein, der Selbstdisziplin gegenüber sozusagen, den Impulsen der Sucht gegenüber, in sich extrem nachgiebig zu sein. und all das sind ja eigentlich schon, ja, Symptome von einer Borderline-Störung, genau. Aber wo komme ich her, wo will ich hin? Achso, ich hatte darüber gesprochen, dass man dann in der Beschäftigung damit, was ist denn mit mir los, und wenn man dann irgendwann dahin kommt, ich muss mich mit meiner Kindheit beschäftigen, dass man dann eben, ja, auch das eine oder andere herausfindet darüber, was denn jetzt nun eigentlich so dysfunktional am eigenen Familiensystem war, dass man eine solche Bindungsstörung ausgeprägt hat. Ja, und was ja halt auch sehr negativ gesehen wird, ist die Suche nach Anerkennung, ne, dann ist man aber dolle bedürftig, wenn man nach Anerkennung sucht, in Beziehungen so, aber mal genau hingeschaut, wenn man so guckt, so ganz allgemein in unserer Gesellschaft hatten eben wenige diese Kindheit, wo sie sich gesund entwickeln konnten und wo sie gesunde Bindungsmuster ausprägen konnten, die ihnen dann auch eben zuträglich sind, darin dann auch gesunde Beziehungen zu führen. Deswegen, viele von uns haben halt einfach mit ungesunden Beziehungen zu tun, ob ihnen das jetzt nun bewusst ist oder nicht. Ich meine, viele Menschen setzen ja auch das Leben ihrer Eltern in irgendeiner Weise fort und versuchen eben das zu leben, was als normal gilt und ob das dann nun so gesund ist, ist die andere Frage, ne. Ja, also genau. Die Suche nach Anerkennung durch das co-abhängige Verhalten beziehungsweise die Sucht nach Anerkennung durch das co-abhängige Verhalten. Also eigentlich, ja, lebt ja die co-abhängige Person in einem kompletten Ersatzverhalten. Also Ersatz für die eigene, Ersatz für den eigenen Sinn im Leben findet die co-abhängige Person im Partner. Also der Partner, die Partnerschaft, die Beziehung, ist dann auf einmal der Sinn des Lebens so, ne. Oder ich meine, man kann sich natürlich auch im beruflichen Kontext co-abhängig verhalten. Ich will jetzt halt nicht immer alle Kontexte aufzählen so, das wird sonst immer zu kompliziert und dann verliere ich meinen Faden. Also bleiben wir mal beim Beziehungskontext, ne. Man kann sich auf jeden Fall auch im beruflichen Kontext co-abhängig verhalten. Das ist ganz, ganz klar so. Und auch da spielt natürlich die Suche bzw. Sucht nach Anerkennung eine große Rolle. Also gehen wir mal auf den Beziehungskontext, wo es sich sehr häufig eben abspielt. Also die co-abhängige Person hat in der Partnerschaft, in der Beziehung, im Partner den Sinn gefunden, ja. Und kriegt nicht mit, dass sie eigentlich ihren eigenen Lebenssinn überhaupt gar nicht verfolgt bzw. gar nicht auf dem Schirm hat. Weil das, wie gesagt, so ein krass anerlerntes Verhalten ist. Wir kommen aus unserer Kindheit und zack, wir fühlen uns angezogen von genau solchen Leuten, die uns diese dysfunktionalen Bindungsmuster unserer Kindheit dann eben widerspiegeln und bieten. Also die uns das bieten, wo es einfach so nach zu Hause riecht, ja, was uns bekannt ist. Da verspüren wir dann eben die Anziehung und das, was gesund für uns wäre, da verspüren wir dann eben in der aktiven Co-Abhängigkeit und ohne, dass wir an uns gearbeitet haben, verspüren wir leider zu gesunden Beziehungspartnern oder zu Partnern, mit denen eine gesunde Beziehung möglich wäre, keine Anziehung, beziehungsweise finden das nicht attraktiv oder finden das langweilig. und spannend finden wir und attraktiv finden wir genau die Leute, die die unseren Bindungsmuster entsprechen. Christian Hemmschemeier nennt das ja den Liebeschip, also wo die Liebeschips aufeinander liegen sozusagen und passen. Und das ist das, wo wir uns magnetisch angezogen fühlen und wo wir dann ja so gerne eben in toxische Beziehungen geraten, also in Beziehungen, die durch die Dynamiken, die sich dort abspielen, toxisch wirken. So ein Mensch mit einem Co-Abhängigen Bindungsmuster sucht sich, beziehungsweise fühlt sich angezogen von Narzissen, Borderlinern und Süchtigen. Vielleicht habe ich jetzt hier irgendwas vergessen, aber genau solche Persönlichkeiten wirken anziehend auf den Co-Abhängigen. Leute, die einem keine Sicherheit geben können und die eine starke Selbstbezogenheit haben. Also Menschen, deren Bindungsmuster sozusagen den anderen Pol darstellt, die sehr selbstbezogen sind, wo sich alles um ihre Bedürfnisse dreht, und die ihrerseits einen Co- brauchen. So, warum brauche ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel den Süchtigen, nehmen wir mal zum Beispiel den Alkoholiker, weil daran lässt es sich einfach so super gut erklären und Co-Abhängigkeit ist ja auch überhaupt bekannt geworden durch Alkoholismus. also das ist, wo dieser Begriff überhaupt herkommt, aus der Therapie von Alkoholikern und ihrer Familie, dass man dort eben entdeckt hat, was macht der Alkoholismus mit den Partnern, mit den Kindern und so weiter, mit dem System des Alkoholikers. Der Alkoholiker hat sich ja für sich ein System erschaffen und in diesem System lebt er und dieses System wird eben bestimmt von seiner Sucht, also er hat die Sucht sozusagen, er hat den Alkohol sozusagen auf den Thron gesetzt, das ist das alles Bestimmende, der Alkohol ist das beherrschende Element, weil der Alkohol bietet ihm ja genau das, was er in seinem System braucht, nämlich ich bekomme bestimmte Gefühle durchs Alkoholtrinken und bestimmte Gefühle muss ich nicht fühlen durchs Alkoholtrinken, die kann ich abspalten. Das Abspalten der eigenen Gefühle und das Aufspalten der eigenen Persönlichkeit in verschiedene Anteile, die voneinander nichts wissen, also das ist jetzt, klingt so ein bisschen, ja, das ist im Prinzip eine dissoziative Identitätsstörung, die der Alkoholiker da hat. Er hat verschiedene Persönlichkeitsanteile, wo sozusagen das eine vom anderen nicht wirklich was weiß. Er kriegt das nicht zusammen, das alles bestimmende Element und beherrschende Element ist dann eben der Alkohol und der, und da ist dann sowieso egal, weil beim Alkoholiker spielt ja nur eine Rolle, was jetzt gerade ist. Sobald er wieder betrunken ist oder in was auch immer für Zuständen ist durch seinen Alkoholismus, werden eben bestimmte andere Sachen vergessen und weggedrängt und so weiter, ne. Das heißt, er kann auch gar nicht zu seinem Wort stehen, er kann gar nicht zu sich selber stehen, das ist gar nicht möglich, weil er keinen Zugriff auf, weil er einen bestimmten, also wenn er gerade in einem Anteil seiner Persönlichkeit aktiv ist, hat er keinen Zugriff auf andere Anteile seiner Persönlichkeit, ne. So, das kennzeichnet letztendlich den Alkoholismus und der Alkoholiker braucht den Co oder die Coos erstens, um sein Trinkverhalten zu legitimieren, ne, weil sonst müsste er sich ja Gedanken machen, was mit ihm eigentlich nicht stimmt und zweitens auch um seine Gefühle outzusourcen, also dass der Co-Abhängige dann letztendlich die Gefühle des Alkoholikers beinhaltet und sich darum kümmert, sozusagen, also der Co-Abhängige kümmert sich weniger um seine eigenen Gefühle, da besteht halt teilweise auch ein regelrechtes Verbot, innerliches Verbot, sich um seine eigenen Belange und seine eigenen Gefühle zu kümmern, sondern der Co-Abhängige kümmert sich dann eben um die Gefühle des Alkoholikers, und er kümmert sich um alles, um die Gedanken, um was hat er denn, was braucht er denn, was will er denn, also der Alkoholiker ist der Lebensmittelpunkt des Co-Abhängigen. Die eigenen Belange, Bedürfnisse, Wünsche, Gedankengefühle, das ist alles, das spielt überhaupt keine Rolle. Und deswegen, der Co-Abhängige sucht sich jemanden, für den die, wo er keine, also der Co-Abhängige sucht sich eigentlich einen Partner, bei dem seine Bedürfnisse, Gefühle, Wünsche, keine Rolle spielen, ja, weil das kennt er, das ist das Gewohnte, das ist das, womit er kann, womit er Beziehungen gelernt hat. Also gehen wir mal zu der Kindheit, das Co-Abhängigen wächst also in einem, wie auch immer gearteten, dysfunktionalen Familiensystem auf, und was dieses Familiensystem kennzeichnet, im Hinblick auf das Kind, ist, das Kind mit seinen Bedürfnissen hat dort keinen Platz, nicht ausreichend Platz, ja, nicht insofern ausreichend Platz, als dass es eine gesunde Form der Anerkennung und der Wertschätzung und der Bedürfniserfüllung erleben würde, nicht insofern, dass es dadurch, dass es das in einer gesunden Form erleben würde, auch selbst ein gesundes Verhältnis zu seinen eigenen Bedürfnissen hat, beziehungsweise entwickeln kann. So, nun kommen wir aber nun mal alle auf die Welt und brauchen diese lebendigen Spiegel, unsere Eltern, Bezugspersonen, die uns zeigen, dass wir da sind und dass es schön ist, dass wir da sind und dass wir gesehen werden, dass wir erkannt werden, weil das ist absolut wichtig, dieses Erkanntwerden und damit eben die Anerkennung. Und wenn wir das eben so dünn nur erlebt haben, sind wir automatisiert unterwegs, sowohl in unserer Kindheit uns sozusagen über bestimmte Ersatzhandlungen, Anerkennung zu verschaffen. so, zum Beispiel, der Vater sagt, ach, du bist zu süß oder was ich selbst erlebt habe, ich habe selbst Anerkennung darüber bekommen, über alles, was mein Vater an sich selbst gut fand und was er in mir meinte auch zu sehen und wo ich ihm ähnlich war. Also wenn er jetzt fand, da sind wir uns ähnlich, da bist du wie ich und das war nun ausgerechnet etwas, wo er in seiner narzisstischen, in seinem narzisstischen Persönlichkeitsanteil das ganz besonders toll fand und sich da in mir gespiegelt hat, weil er ja auch auf der Suche nach Anerkennung war, aber halt einen anderen Weg gewählt hat und eben als Vater nicht verfügbar war, als erwachsener Vater, der Verantwortung übernimmt, für sein Kind nicht verfügbar war. Also hat er sich in mir da gespiegelt und alles, wo ich ihm recht war, wo ich so gemacht habe, dass es ihm gut war, dass es für ihn angenehm war, all das hat Anerkennung bekommen. Ich habe Anerkennung darüber erhalten, wenn ich mich meinem Vater möglichst ähnlich gemacht habe, wenn ich, ich habe dann auch mitgekriegt, okay, bestimmte Dinge, da sagt er zu mir, da bist du wie ich und das ist gut. Okay, also bin ich wie mein Vater, also versuche ich mich da anzupassen, ihm das von mir zu zeigen, was er gut findet. So, ich habe irgendwann mal festgestellt auf meinem Weg, dass ich ein riesengroßes Schamthema habe, eben diese toxische Scham, die eben solche Kinder auch ausprägen, sie schämen sich ihrer selbst und ich bin dann irgendwann mal in die Tiefe gegangen, was diese Scham ausmacht und die Scham machte aus, dass die anderen, die Scham machte aus, dass ich nicht das Bild, das die anderen von mir haben, bestätige, sondern, dass es passieren könnte, dass die anderen entdecken könnten, wer ich wirklich bin. Also eine Scham darüber, den Bildern der anderen nicht entsprechen zu können. Das klingt super schräg, aber das habe ich wirklich als tiefe Wahrheit entdeckt, weil es war ganz klar, ich muss dem Papi dieses Bild von mir präsentieren, damit ich seine Anerkennung bekomme. Denn ich brauchte seine Anerkennung, so, ne, für einfach auch das Ausbilden, ja, wer bin ich denn? Ne, also für dieses Bewusstsein, wer bin ich denn? Und da bin ich natürlich auf die absolut falsche Fährte geraten. Also, und habe deswegen natürlich dann auch in späteren Beziehungen mehr darauf geachtet, wer was will denn der andere sehen? Ne, so wie dieses eine Buch, was da heißt, wie muss ich sein, dass du mich liebst? Was will denn der andere sehen von mir? Worüber bekomme ich Anerkennung vom anderen? Weil mir einfach fehlte, ganz grundsätzlich diese Anerkennung zu bekommen für das, was ich bin. Und das ist das, was jetzt nachgeholt werden muss, wenn wir aus der Co-Abhängigkeit und aus der Sucht aussteigen, dass wir uns diesen Raum erschaffen, indem wir, boah krass, ich habe gerade voll das Déjà-vu, ich denke gerade, dass das alles schon mal passiert ist. Voll das Krasse. Déjà-vu, egal. Also, wo bin ich gerade stehen geblieben? Genau, also, auf unserem Weg gilt es jetzt, uns zu deidentifizieren mit diesen ganzen falschen Identifikationen. Ja, also, dass ich zum Beispiel diese Identifikation angenommen habe, ich bin so wie mein Vater und dann bin ich gut. Ja, und ich schaue eben nach dem Partner, was findet der gut, was findet der nicht gut? Findet der lange Haare gut? Okay, ich lasse mir meine Haare lang wachsen. Findet der es gut, wenn Frauen Kleider tragen? Oh, mag er lieber Jeans? Was mag er? Welche Themen darf ich ansprechen? Von welchen Themen ist er genervt? Wo wird er ungeduldig? Wo droht sozusagen auch ein Verlassen, wenn ich bestimmte Themenbereiche berühre? Genau, wo wird er da wütend? Und wo wird es deswegen für mich gefühlt gefährlich? Also, weil ja die Bindungsmuster meines inneren Kindes Regie führen in dieser dysfunktionalen Beziehung. Also richte ich mich danach aus und dann macht mir natürlich alles Angst, wo ich dann denke, ich könnte dem nicht genügen. Und da könnte jemand kommen, der den Ansprüchen meines Partners mehr genügt. So, also, genau, es ist so wichtig in der Heilung von Co-Abhängigkeit, dass wir das entdecken. Wo haben wir da falsche Identifikationen? Und uns davon zu lösen, so, und uns davon zu lösen, ist auch noch nicht die ganze Arbeit, die zu tun ist, denn wir müssen ja auch das, was wir sind, entdecken und da überhaupt, ja, einen Bezug zu entwickeln zu dem, wer wir wirklich sind. Das macht dann eben diese Heilungsprozesse aus. Aber so, so wichtig, dass wir uns erstmal deidentifizieren, also dass wir uns von den falschen Identifikationen lösen. in dem Wissen, das kann so nicht sein, das kann nicht sein, dass ich hier auf der Erde bin, um für jemand anders die ganze Zeit die Bedürfnisse zu erfüllen und darüber Anerkennung zu bekommen, also darüber sowas, es ist ja keine Anerkennung, darüber so eine Ersatzanerkennung zu erhalten, eine Ersatzwertschätzung und einen Ersatzsinn des Lebens. So können wir nicht den eigentlichen Sinn unseres Lebens erfüllen, in unsere eigene Erfüllung kommen, sondern wir leben letztendlich das Leben der anderen. Wir sind nur Funktionsträger, um die Systeme der anderen zu stabilisieren. Und wenn wir das erkannt haben und nicht mehr wollen, dann ist eben so wichtig, dass wir uns selbst diesen Raum erschaffen, wo wir selber anerkennen, wer wir sind, wo wir selbst erst mal herausfinden, wer wir sind und das auch anerkennen. Und natürlich kann das nie in der Dimension geschehen, die wir gebraucht hätten und bekommen hätten, also die wir hätten bekommen sollen als Kinder. Also das, was in der Kindheit verpasst ist, ist verpasst. So der Spruch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, der stimmt ja nur bedingt, weil natürlich können wir es in der Qualität nicht reparieren, wie wir es gebraucht hätten. Was geschehen ist, ist geschehen. Was es aus uns gemacht hat, das hat es aus uns gemacht. Und was es uns an Lebenserfahrung gebracht hat, hat es uns an Lebenserfahrung gebracht. Und trotzdem ist es nicht zu spät, jetzt Dinge nachzuholen. Und insofern ist es auch nicht zu spät für eine glückliche Kindheit. Also dich mit dem Teil in dir zu verbinden, der glücklich auf die Welt gekommen ist und dich mit deinem Wesen eben zu verbinden und jetzt den Raum zu schaffen, wo du dir begegnen kannst, als die, die du bist, wo du dir selbst auch immer wieder bestätigst, Nee, ich bin nicht auf der Welt einfach nur, um das System der anderen zu stabilisieren, sondern ich bin auf der Welt, um ein eigenes glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und es steht mir zu. Es steht mir genauso zu, wie es jedem anderen zusteht. Ja, es ist absolut mein Grundlebensrecht, mit dem ich auf die Welt gekommen bin, glücklich zu sein. Was auch immer. Also glücklich zu sein heißt ja nicht, dass uns jeden Tag die Sonne aus dem Arsch scheint, sondern dass wir, ja, ein erfülltes Leben haben. So, und dass wir mit uns selbst verbunden sind und mit unserem Lebenssinn verbunden sind. So, das soll es für heute hier mal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.